Das hier zum Verkauf angebotene ca. 455 m² Wohn- und Geschäftshaus befindet sich im Kreis Mettmann. Das Objekt ist verkehrstechnisch gut angebunden. Das Haus wurde 1968 erbaut. Beheizt wird das Objekt über eine Gas-Etagen-Heizung. Der Kaufpreis des Objekts beträgt 490.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020